immerhin kann er schnell schießen jetzt springt er aber er tötet die gegner nicht aber das hier ist ja ein anderer mega mann als der normal der hier sehr grün deswegen kann man den normalen mega man ja nicht beschuldigen oder walkman und konnte sie weniger man ist doof ich kann nicht zurück komm her du dumme Plattform war klar töte mich schön dass man gleich am anfang so eine schöne art des selbstmords hat finde ich voll cool das lässt mein Suizidherz höher schlagen okay Moment, ich muss dich ja töten, verdammt Jetzt schießt er wieder nicht schnell genug Ich glaub, ihr hört gar nicht, wie schnell ich schieße Also langsam Jetzt springt er wieder nicht ab Ich glaube, ihr hört gar nicht ab, wie schnell ich schieße Ich glaube, ihr hört gar nicht ab, wie schnell ich schieße Ich mach aber weiter bei Crashman Ja Ist doch fies bei denen hier, dass die sich immer so ein bisschen anders bewegen Oh, das war gut Das war gut So Okay, jetzt kommt der schwere Teil Oh ne, jetzt kommt erstmal das hier Ja, okay Das ist noch nicht allzu schwer Jetzt kommt der schwere Teil Get out of my face Get out of my face Weg dich Oh Gott Hätte ich doch jetzt nur einen Energy Tank Genau wie letztes Mal, oder? Naja Hier bin ich letztes Mal gestorben Ah Mist Was hätte ich schaffen können? Hätte ich schaffen können Mist Ich hab ja noch einen Versuch Versuch Like Ich 10 Schaling Ich Ah Amen A � Jetzt so. Aber langsam habe ich es, glaube ich. Ich mag die Musik. Das mag ich nicht. Aber ich glaube, ich mag Crashman als erstes. Dazu habe ich mich, glaube ich, jetzt entschlossen. Weil er in die falsche Richtung geguckt hat. Das hatte jetzt keinen anderen Grund, dass ich gestorben bin. Darüber war dieser Idiot. Mega-Idiot-Man. In die falsche Richtung geh- Was? Bitte? Okay. Ich nehme es hin. Whatever. Okay. 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 Was ist das, bitte? Hä? Was hat gerade passiert? Wie auch immer. Hatte ich den schon dreimal getroffen? Wie auch immer. 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 Ich drücke den Schussknopf. Also was ich sagen wollte, ich drücke den Schussknopf so schnell, dass meine Schulter wehtut. Krass. Wie auch immer. 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 Simon Megaman nicht mag. Aber... Naja. Naja. Yay. Eine... Eine Striche Lebenenergie. Tot. Tsch... Ha... ich höre auf ich habe keine lust mehr ganz ehrlich da kommt das ein leben mache ich noch vernünftig ich würde sagen das war es das mount walkman ja ich habe mich aber glaube ich entschieden dass ich doch clashman mache als erstes weil ich da eigentlich ziemlich gut durchkommen muss ich sagen funktioniert eigentlich ganz gut und moment auf jeden fall tschüss und bis zum nächsten toten bis dahin